Jo, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Europa Let's Plays. Oh, das geht doch schon mal gut vor allem. 1000 Rote haben wir jetzt schon. Jo, aber das war jetzt noch nicht das Thema, sondern wie gesagt Strom erweitern. Das muss sein. Also das ist nochmal so ein Mist. Ne. So, einmal da. Jetzt haben wir wieder hier Stromknappheit, aber das geht wieder nach oben. Den weg. Und den ebenfalls weg. So. Damit sollte jetzt hier das doch nach vorne gehen. Jetzt hier noch. Wo haben wir sie? Wo haben wir sie? Ein Paket erhalten. Auch nicht verkehrt. So, hier. Das brauchen wir. Und den können wir auch wegmachen. Glaube ich zumindest ist es möglich. Werden wir sehen? Ja, hält. Sehr gut. Der ist natürlich super am Weg. Den muss man halt hier mal fortführen. So. Ah ja, ich glaube, weil ich die Archivements mal gelöscht hatte für ein Multiplayer-Spiel, dass sich die bei mir wieder aufpoppen. Da habe ich auch mal so ein Spezialvideo drüber gemacht. Deswegen kann es sein, dass sie jetzt einige Dinge bei mir hier wieder neu aufpoppen. Na ja. Ist doch auch mal was Schönes. So. Wir erhöhen den Strom und alles. Äh, Aktivitätsvideo. Äh, muss ich jetzt mal schauen, warum und wieso ich die jetzt drin habe. So. Das sind auch die Zweier. Ach ja. Ich habe noch nicht geguckt wegen den Ölstationen. Richtig. Da war doch was. Und. Auf jeden Fall kann das hier auch erstmal weg. Es hat ausgedient. Sehr, sehr schön. Trotz allem, wie das hier läuft. So. Fünf Angriffe da unten. Der wird alles ab. Schön, 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 schön. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Schwierigkeitsmodule 3. Läuft. Gut. Okay. Wenn man so nach einer längeren Pause wieder mal so einsteigt, das ist dann auch erstmal wieder, wo man sich orientieren muss. Und jedenfalls Strom war mir noch bekannt. So. Trif tun. Oder erstmal weiter ausbauen. Ich vermute mal weiter ausbauen, dass wir noch ein bisschen Stromsicherheit haben. Wir kommen jedenfalls schon über die 100 Megawatt. Das läuft. Also da sind wir schon mal auf der guten sicheren Seite. Deswegen müssen wir jetzt vielleicht noch nicht mal den Strom ausbauen. Ich überlege nur... Ich überlege nur... Ja, was überlege ich eigentlich? Ich überlege zum Hauptbahnhof zu gehen. Um dort zu schauen, ob man dort vielleicht jetzt weiter bauen könnte. Und was jetzt hier drüben soweit alles sicher läuft. Die Kampfdrohnen haben wir auch noch nicht, ne? Ne. Das ist natürlich dann auch so ein Punkt, der noch als nächstes erforscht werden muss. Auf jeden Fall nur muss. Mir fehlt die Plastik, richtig? Ja. Wir sind so gut wie voll. Das gefällt mir. Die datteln hier auch durch. Da sind überall die Drohnen... äh, die Module schon drin. Sehr gut. Hier ist natürlich jetzt ein öster Drohnenverkehr gerade. So, dann machen wir doch einfach hier nochmal zwei hier. So. Und dann nehmen wir das als neues Cluster auf. Bis die gebaut sind, lassen wir das mal noch. Und jetzt haben wir ja gesagt, hier... Hat man das nicht schon mal umgebaut? Wieso steht denn der so viel hier? Oh. So muss er sein. Komisch, komisch, komisch. Komisch, komisch, komisch. So. Wären wir mal zusehen, dass wir hier oben uns weiter ausbreiten können. Da oben ist ein Nest auf jeden Fall. Deshalb würde ich sagen, machen wir hier erstmal, dass das Holz alles wegkommt. Das wird dann früher oder später noch stören. Na ja gesehen, gerne Mac. Okay. So zusehen wir den Strom aus, den hat es nur nicht ganz geschafft sie zu laden. Also 6,4 Gigajoulen. Mal gucken, ob wir mal über die noch zurückkommen. Er hat keine rote Verbindung, das ist auch kein Problem, das kriegen wir hin. So, jetzt hat er sie, sehr gut und die sollen da oben auch bitteschön jetzt bauen, ist mir viel kombiniert, aber die werden es schlafen. So, hier oben machen wir auch mal eine Lampe, damit wir auch was sehen, weil ich möchte diesen ganzen Hauptbahnhof hier oben die Gleise an, weil der Schriftzug immer so verläuft, das heißt, wenn man die senkrecht macht, überlagern sich die Schriftzüge, das ist halt ein bisschen unpraktisch, deswegen baue ich die einzelnen Anlieferungs- und Ablieferungsgleise, die für spezielle Dinge sind, hier oben hin. So, haben wir jetzt hier ein weiteres, jawohl, das bedeutet, das rote Datengabe, was extrem nie wichtig ist. Und hier unten will ich dann die Produktionsstätten hinbauen. Das ist so mein Plan, also zum Beispiel die Kupferkabel und so, damit die natürlich irgendwann nicht mehr so weit rumfliegen müssen. Aber dazu möchte ich die Geschwindigkeitsmenüte 3 erstmal haben. So, zack, einmal da und einmal da. So, jetzt sollten alle hier gut verbunden sein. Was? Die haben wieder nicht ausgereicht? Hm. Das macht mir natürlich doch noch ein bisschen Sorge. Aber erstmal gucken, ob sind die auch komplett aufladen. Das wäre eigentlich das, wo ich hoffe, wenn die Erweiterungen durch sind dahinten, dass das einwandfrei funktioniert. Genauso wie wenn dort die Teile fertig sind. Oh. Ach, die Drohnen werden jetzt hier oben angegriffen. Das ist natürlich unschön. Unschön. Warum haben wir da noch keine Erweiterungen drin? Einmal sind wir nämlich der Frustamm. Das ist natürlich unpraktisch. Es gibt doch ein bisschen mehr noch zu erforschen als überhaupt. Ähm. Okay, natürlich auch äckliche Traubgab. Fliuht, ähm. Das gefällt mir nicht ganz so. Hm. Hm, 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 hm. Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es nicht. Das ist leicht blöde, das Motiviert kaputtgehauen. Oh, guck mal, der Beton ist nur schon bliziert. Ich glaube, ja, oder? Oder, oder, oder? Hm, hm, hm. Da ist doch Beton. Ja, da wird doch Beton, genau. Da wird Beton geliefert. Sehr gut. Hm, auch die werden geliefert. Okay. Müsste man sich jetzt überlegen, wie man das macht. Wie sieht es überhaupt mit dem Drohnen aus? 1500, alle am rummurksen. Weißen wir das hier mal ab, damit wir wieder ein paar haben, ein paar dieser Lagerkisten, die da drüben produzieren. Und man sieht hier sehr schön, die werden einfach nur umgelagert im Zweifel. Zack. Und fertig. Sollte nämlich da drüben das gebaut sein. Ich werde mir jetzt hier aber einerseits ein paar Dapfen nehmen und ein paar Dapfen. So. Jetzt gehen wir mal in das Blaupausen weiter machen, damit das auch drüben schön wird. Weil das hier war so hingeklatscht, wie es halt in dem Moment mir lustig war. Aber drüben soll es jetzt doch schön aussehen. Und nicht total bekloppt. Wie sieht es denn eigentlich mit der Kumfachproduktion aus? Nein, er sagt immer noch mal ein, das müsse ein Strom sein, das Problem ist. 4, 2, und der geht runter. Immer noch. Immer noch. Immer noch. ich will das jetzt aber hier erstmal machen. Einmal so, noch einmal so, das wäre dann da, S-One-Möglichkeit, zack, zack, sehen wir mal hier auch, natürlich, wie ist das nicht, ach verflügst, manno, das ist doch mal wieder ein Highlight, so. Muss ich das hier auf freier Fläche basteln, damit ich da auch so einen Klugprint machen kann, ey, ist doch, na dann kann ich das nämlich richtig schön so machen, wir bekommen hier ein recht geiles Muster, wie ich finde eigentlich. Ja ja, der Strom. Don't panic! Don't panic! So. Das heißt, es kann wieder abgeruppt werden und wir machen uns zum Strom, denn es scheint noch nicht auszureichen, was wir hier aufgebaut haben. Und das ist nicht so toll. Absolut nicht, weil sonst kann man das mit den Geschwindigkeitsmodulen drehen eh vergessen. Jetzt ist natürlich wieder die Phase, wo man hofft, nicht angegriffen zu werden. Ne, uuuh. Äh, und da wird man natürlich angegriffen, ist doch ein Dreck. Aber es wird doch wieder Tag, oder? Ja. So. Gut, das sollte abwehrbar sein. Warum im Gottesnamen funktioniert das nicht? Das kann weg. Und das kann weg. Das ebenfalls. So. Laufen wir mal hier hinterher. Irgendwo können wir doch hier bestimmt noch was anbauen. Ohne jetzt gleich erweitern zu müssen. Weil es scheint ja wirklich mal nie auszureichen, dass hier die ausreichend geladen werden können in der Zeit, wo nicht zur Verfügung steht. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Deshalb. Deshalb. Machen wir das jetzt radikal. Nehmen den weg. Nehmen den weg. Dann haben wir hier. Dann haben wir hier. Oh, da. Zack. Den zur Verfügung. Und knallen den noch hier rein. Ob das jetzt die Frage nehmen muss. Nein, natürlich nicht. Neute. Zack. Dann halt da nochmal einen. Damit die dort gebaut werden können. Hm. Mach mal. Ich kann dir mal was zeigen. Man hat hier den Flammenmerfer und ich hab jetzt im Singlespiel mal, im Offlinespiel mal was Schönes rausgefunden oder gesehen. Wir haben den Flammenmerfer dran. Ja. Hopp. Mach mal hier mal ein bisschen Brandrodung. Das sieht auch mal ganz gut aus. So. Weil dann müssen wir das nicht immer alles abholzen. Wofür wir jetzt momentan noch nicht mal die Drohnen haben. Sondern wie man sieht, das Feuer frisst sich allmählich durch hier. Durch den ganzen Wald, der hier drüben ist. Der müsse dann alles schön in Waldrodung mit Feuer sein. Nicht ganz umweltverträglich, aber fein. So. Ich geb mal hier noch ein bisschen Zunde rein. Dass es ein bisschen schneller geht. Ups. Hier auch noch ein bisschen. Oh, zack. Und noch ein bisschen zack, zack. Und jetzt sollte das hier sich durchfressen. Ähm. Ich will eben gerade, ob ich hier oben auch nochmal was abgebe. Denken wir ja, zack. So. Und dann sieht das manchmal richtig krass aus, wenn sich das durch so einen dichten Wald frisst. Das ist schon manchmal nicht verkehrt. Hier sieht man es jetzt zum Beispiel. Richtig so bogenförmig frisst sich das hier durch. Einmal frei. Und die paar Bäume muss man dann halt noch per Hand oder mit Drohnen abholzen. Aber das ist schon mal nicht schlecht, ne? Man spart sich die Energie. Das kostet bloß ein bisschen Feuer. Hm. Was man hier verputzelt. So. Der hat es natürlich wieder nicht gerafft da drüben. So. Da drüben 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 drüben. Zack. Einmal das Munition wieder gewechselt, damit wir hier noch was verkürzen, was nicht sein muss. Zack. Wir haben jetzt 140 Megawatt. Muss es doch langsam mal passen hier, ey. So. So. Den reißen wir auch weg. 45. Erstmal wieder frei. Denn, ja. Hier passt es. So. Zack. So. Sollen die da auch mal noch ein bisschen was hinbauen. Dass man auf 115 Megawatt kommt. Vielleicht. 8. 8,4. Ich habe das jetzt total aufgeladen. 8,8 Gigajun. So. Jo. Dann hoffen wir mal auf die Nacht, dass das hier auch reicht. Gucken wir hier mal bei der Brandwohnung nochmal. Sehr schön. Sehr schön. Läuft. Soll brennen. Ist mir wusst. Soll brennen. Energielajun. Speicherkapazität. Hier muss man auch aufpassen, ob das reicht. Ansonsten bauen wir hier nochmal schön das nächste an. Das ist ja kein Ding. Aber gehen wir nochmal rüber zur anderen Seite. Das hier kann auf jeden Fall weg. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah. Jetzt im schnelleren Weg hier ist immer wieder gut. Kumpfüttproduktion kommt auch nicht mehr leicht hinterher, oder? Habe ich das Gefühl dann. Aber wenn wir den Strom da anschließend mit dem Zug, also den Zug fahren lassen, um die da unten laufen zu lassen, dann ist wieder das Po Strom graus. Das wird noch nicht ganz möglich sein. Aber ich wollte hier a diesen Cluster noch verbessern. Das heißt, das ist jetzt möglich. Zack. Sehr schön. Den nehme ich mir jetzt auch wieder hier rein. Damit wir den auch dort drin haben für weitere Effekte. So. Genauso wie den auch. Weil man sieht, es sieht doch ganz schön aus, oder? Also ich finde es schön. So. So. Es ist natürlich die Frage, wenn man das hier unten hin baut. Oder brauche ich hier erstmal die Signallampe hin? Auf jeden Fall möchte ich... Ops. Fehlt mir das Zeug hier. Das ist doch nicht zu fassen. Äh. So. Wenn das gebaut ist, werde ich da auch eine Blaupause draußen machen. So. Muss das hier mal endlich gebaut werden? So. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Strom. Weil das wird mich jetzt echt interessieren. Wir müssen über die Nacht kommen. 3, 6. Und es steigt. Sehr schön. Wir kommen also perfekt über die Nacht. So. Stromproblem ist also gelöst. Das wird noch nicht. Wie ist noch nicht fertig gebaut? Ähm. Boop, 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 boop. Dann können wir auch hier oben das Nest doch mal platt machen. Oder die Gäste an sich mal, damit wir auch diese Folge noch mal ein bisschen kampftechnisch was hingelegt haben. Da war noch der Fehler im Detail. Kommt. 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 Wir haben hier noch. Hier schon mal. Das wird sicherlich stürmen. Das ahne ich jetzt schon. W強. Ähm. Dann der nächste käme dann, da hin, natürlich muss da ein Ast im Nix sein, oder so ein Baumenstamm. Wo wie auch immer man das bezeichnen mag. ich verzettel mich hier gerade habe ich das Gefühl so, was haben wir für Pläne ich muss mir echt überlegen, wo was zuerst zu machen Strom haben wir jetzt soweit hinbekommen dass das so erstmal läuft, wie es läuft wir müssten das dann also mal testen mit dem Zug im Zweiten das heißt, Wissenschaftsfirmen Wissenschaft reicht wahrscheinlich an der Klasse weil die Wissenschaft geht mir ein bisschen langsamer, oder? ja, hier, da haben wir das schon mal so, genau das reisen wir mittlerweile wieder ab zack, danke schön woran liegt seine Wissenschaft? die muss ein bisschen flotter gehen da habe ich das kühl und sie wird nicht flott das ärgert mich ein bisschen, man muss irgendein Problem bestimmen die machen hier Produktivität 2 drin, 2 drin das läuft eigentlich das läuft eigentlich so, wo scheitert so eine Wissenschaft? guck mal mal gehen wir da selber auf den Grund, da müssen wir nächste Woche was mitreden die blauen Fläche gut blauen Fläche das ist noch die Geschwindigkeit mit dem blauen Fläche das ist noch die Geschwindigkeit mit dem blauen Fläche und dann sollte das schneller zum starten gehen und dann sollte das schneller zum starten gehen so das bedeutet der kommt erstmal rein den klatschen wir hier daneben nach oben warum habe ich das jetzt nicht anders gemacht? egal wir haben hier wir haben hier hier schon mal dann können wir hier diese blauen Produktion einfach mal copy pasten dann können wir hier diese blauen Produktion runterknallen und ich würde sagen vielleicht 2 mal so baut 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 und dann haben wir diese Folge vielleicht dann noch was ganz praktisches getan die haben wir jetzt erst mal verdreifacht die fällt mir doch so weit so gut ok baut 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 Jetzt fangen die hier natürlich an zu produzieren. Die Frage nun mit dem versetzen. Das habe ich mir gedacht. Müssten wir hier Kohle rausholen. Dann machen wir hier aktive Anliegerkisten. Filtern und greifarmeln. So, dann muss man da nämlich die Kohle rausfiltern, die wir hier als Nebenprodukt mit reinnehmen. Das mache ich jetzt aber fix zu Ende hier. Damit man den Felderdruck mal komplett abarbeiten kann. Das muss sein. Zack. Und hier wählen wir die Kohle aus. So. Und jetzt kann man hier nochmal eine daneben setzen. Genauso wie hier. Und ich nehme mal an, dass das so funktioniert. So. Jetzt gucken wir mal. Wenn der nämlich das hier alles hinbaut, sollte das funktionieren. Ich nehme mal an. Ja komm. Einen Trenner haben wir doch noch. Das weiß ich. Kommt Leute. Tut mir das nicht an. Jetzt gucken wir mal. Überprüfen wir das nochmal wegen der Kohle. Da ist schon ein Kohlestück mit drin. Was von hier wahrscheinlich kommt. Ja von hier. Ja zack. Und hier wird das Kohle schon mal rausgenommen und somit funktioniert das einmal frei. Also hier sollte kein Kohlestück im Umlauf kommen, weil hier fünf Stapel greifen. Aber so viel Kohle kann gar nicht am Stück hier ankommen, dass die das nicht rausfüllen. Die Kisten sollten auch nicht voll werden, weil das immer gleich abgeholt wird. Bei 1000 freien Robotern im Moment ist das doch eigentlich ganz praktisch. Würde ich mal so sagen. Ja. Was hat uns diese Folge gebracht? Kleinere Umbauarbeiten, Stromproblemen momentan behoben. Das kann sich natürlich, je nach wie man sich ausweitet, wieder verschlimmern. Aber im Moment sollte das behoben sein. Das geht mir leider nur so sack, wie wir dort angreifen. Aber ohne Schutzschild oder so. Errüstung macht das nicht viel Sinn. Aber erstmal sollten das Kupfer wieder gut dabei sein. Die Blauen laufen jetzt auch dreifach so gut. Das sieht man auch gleich in der Forschung. Jawoll. Jetzt laufen fast alle Betriebe. Das gefällt mir, so wie ich das eigentlich sehen. Das ist für mich so fast das Optimale. Jetzt müssen nur noch zwei hier sich mit beteiligen. Aber erreichen die drei wahrscheinlich noch nicht aus. Aber man sieht, es läuft. Es läuft. Es läuft vollkommen. Wir können langsam aber sicher hier das Ganze noch weiter ausbauen. Natürlich immer mit einem Klick. Nicht nur ein Auge, sondern vielleicht auch bei einem Halbaugen auf den Strom. Weil momentan läuft der ja ganz gut. 8,8 Kilo Joule, Gigajoule. Da haben wir hier noch Puffer mit ausbauen. Das Feld müssen wir dann bei Drohnen mal abarbeiten. Und dann sollte das eigentlich so mal funktionieren hier. Und dann müssten wir langsam hier mal an die Ausrottung der näheren Aliens gehen. Weil das macht immer zu schaffen hier. Weil der schafft es nicht ganz zwei noch zu viel von mir. Hm. Ich kann mich damit immer nicht losreiten. Gut, aber wir haben schon wieder ein paar Mietchen Überlänge. Jetzt hier das muss passen, dass das läuft. Und ja, was soll ich sagen. Ich hoffe euch gefällt es. Und ihr seid gespannt, wenn ich dann vielleicht nächste, vielleicht übernächste Folge hier mal zum Angriff übergehen. Je nachdem, wie die Wissenschaft mir Schutzschilder bietet. Weil, ja. Man hat hier so ein schönes Grid. Wo man die reintun kann. Aber bis jetzt, ja. Haben wir da noch nix. Die Logistik ist auch komplett voll. Ich würd sagen, es läuft weiterhin. Wir haben das Stromprobleme rum. Wir haben, die Summe ist jetzt gerade Tag. Ne, aber es wird gerade Nacht. Wir haben Tag und es wird gerade Nacht. Egal. Jetzt einfach. Boah. Ich labere mich hier schon wieder. Toll. Ähm. Ja. Bis dann dann. Euer Applaus. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.